So, ja, herzlich willkommen, wir sind hier auf der Norscon 2013 mit GamerCrewTV, der Leiterle ist da, Hakenfischer am Start, neben mir ist hier Marian, dahinter ist noch der Marv und natürlich E-Nexus, ja, wir haben was ganz schönes für euch vorbereitet und zwar geht es in unserem Weihnachtskanal jetzt zum 17.1. etwas ganz ganz tolles und zwar Counter-Strike Global Offensive für euch zu gewinnen, was ihr machen müsst, wie immer, dieses Video einfach mal kommentieren und ein Gefällt-mir-Button drücken und schon seid ihr mit dabei, vielleicht haben wir ja noch was anderes für euch, was machst du da? Er hat ja wieder seine speziellen Videos ausgepackt, ich darf da nicht zu viel zeigen, weil nachher wird das Video noch gesperrt auf Facebook. Also, bis dann dann, euer Jacky, euer GamerCrewTV!